Yo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kiannegang. Heute mal zu einer weiteren Folge Among Us, die fünfte und zum aktuellen Thema. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt schon was, worauf ich bock. Aber Among Us, das wird auf jeden Fall weiter kommen. Egal ob Leute sagen, es ist aus dem Hype. Ich spiele das ja nicht, weil es im Hype ist oder so. Ich spiele das, weil mir das Spiel bock macht. Ja, auch wenn ich ein Imposter werde. Irgendwie habe ich dann doch Bock drauf. Und mir werden schon irgendwie spontan Sachen einfallen, die ich mache. Und ja, ich werde mir jetzt direkt eine Runde aussuchen und nicht so viel quatschen, damit ich etwas weniger Arbeit beim Schneiden habe. Weil, auch wenn man es bei mir nicht so denkt, ich schneide relativ lange. Okay, wir starten jetzt schon mit 8. Ich habe jetzt übrigens die Map Polus eingespelt. Die letzte Map, die uns fehlt natürlich im Becruement. Die Polus Map kenne ich auch ganz gut. Ich kenne eigentlich jede Map ganz gut. Wir sind jetzt nur noch zu siebt. Aber naja... Ich weiß gar nicht, ich spiele mit einem oder zwei Imposter. Nicht, dass ich es sich irgendwie umgestellt habe, weiß ich gerade gar nicht. Ich werde gleich gucken. Das Blöde ist jetzt aber, dass viele Leute lieben. Ja, aber da muss ich jetzt mal was dazu sagen. Das kommt nur, weil man startet niemals ein Match zu siebt. Wartet bis ihr 10 seid. Meinetwegen mit 9, aber am besten zu 10. Sonst lieben alle und dann seid ihr kaputt. Wir starten jetzt. Das erste Mal, dass ich in der Runde nicht mit OK beginne. Ähm... Und schon wieder läftet jemand. Oder gelieft jemand. Gnudrum ist gelieftet. Äh... Gelieft, gelieftet, bla bla. Ähm... Ich habe die oben in Task. Diesen Haustürschlüssel müssen wir da dran machen. Laborator... 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 Da haben wir... Ach, dieses komische Ding hier. Wann mal. Da muss ich... Die Geräusche hören. Äh... Als ob... Hat jetzt der Task ernsthaft nicht gezählt? Als ob... Als ob der Task nicht gezählt... Oder hat der Task jetzt gezählt oder nicht? Denn wenn nicht, dann bin ich ganz schön sauer jetzt. Auch wenn der Task eigentlich relativ viel Spaß macht. Trotzdem. Mhm. Aha. Ich habe keinen Bock zu schneiden. Deswegen werde ich sie denn schneiden. Okay, die schreiben... Blue... I swear... Darn... Blue... Blue... 100%? Oh mein... Wie viel Prozent habe ich an meinem Handy? 46. Juhu. Ähm... War er ein Poster? Dewey... Dewey... Frelot... Was er ein Poster? Und natürlich hat die Task nicht gezählt. Was auch sonst? Das Gelb-Sass? Ich wollte gerade sagen, das Gelb-Sass ist. Aber irgendwie ist er doch nicht sass. Ey... Oh nein. Jetzt lass mich bitte meine Task machen. Danke. Im Specimen Room haben wir eine Task... Es gibt zwei Leute von Menschen. Es gibt... Jetzt sind die zwei Arten von Menschen. Einmal die Leute. Die normalen Leute. Also ich will jetzt euch nicht fronten, weil ihr das sagt. Es gibt einmal die normalen Leute, die sagen Tars. Wie jeder normale. Und dann gibt es die Unnormalen, die denken sie wären Engländer... Weil... Weil... Weiß ich nicht. Weil vor ein paar Jahr... Hunderten, Jahrtausenden waren mal Leute in deiner Verwandtschaft, die Engländer waren. Und dann denken die, das sind solche hochbegarten Englischsprecher. Und die sagen Task. So äh. Also ich will euch jetzt nicht fronten. Also no front. No front. Ähm... Ähm... Aber... Wenn ihr sowas macht... Dann... Einfach nein. Einfach nein. Ist natürlich jetzt nur ein Spaß, ne. Aber trotzdem... Viola... Och nee. Weißt was? Ich vote mich selber. Ich vote mich selber. Wann mal. Ich... Ich vote mich selber. Oh mein Gott. Wie kommen die auf mich? Nur weil ich mein YouTube Video mache. Und... Och man ey. Ich hasse. Für mich ist Braunsass. Aber wir werden... Warum steht da oben You are dead zweimal? Mhm. Aber wir werden es nie herausfinden. Weil ich keinen Bock habe jetzt hier zu bleiben. Ähm... Deswegen werden wir weggehen. Okay. Die Runde startet. Was sind wir? Crewmate. Aha. Äh... Ich hab Angst, dass wir in dieser Runde... Ich hab mir vorgenommen, jede Folge 5 Runden zu spielen. Oder vielleicht 6, 7. Weiß ich nicht. Ähm... Und ich hab Angst, dass ich jetzt kein Crewmate heute werde. Weil... Wer guckt sich denn eine Manga-Folge freiwillig an, aber man wird kein Crewmate? Und übrigens... Ähm... Bei diesem Video, wo ich euch nach Ideen gefragt habe. Ich bedanke mich für eure lieben Kommentare da. Man darf ja auch nichts sagen. Okay. Das zähle ich jetzt mal nicht als Runde, weil ich da nur ein paar Sekunden überlebt habe. Ja, okay. Das zähle ich mich nicht als Runde. Tschüssi. Ihhh... Wir sind Gelb. Ich hasse Gelb. Gelb ist meine absolute Hassefarbe. Weil diese Farbe so hässlich grell ist. Also, das ist nur meine Meinung. Also, falls ihr Gelb mögt, dann akzeptiere ich das auch. Ich kenne viele Leute, die Gelb mögen. Aber für mich... Ich mag dieses Grelle nicht. Auch die Dinge, die Gelb sind, weiß ich nicht. Zitronen mag ich nicht. Ich mag... Äh... Alles, was mit Zitrone zu tun hat, mag ich nicht. Nee. Weil Zitrone... Zitrone, das geht einfach nicht. Nee. Nee. Mh... Ich könnte das Video heute auch einfach nennen... Hä? My... Unpopular... Ach, ich kann diese nicht aussprechen. Ich werde vielleicht hier Schreiben gerade hier einblenden. Ja, genau da. Ähm... Aber... Alter, ich treffe gerade nichts. Alter! Ne? Ähm... Aber... Das meine ich. So könnte ich das Video nennen einfach. Mh... Wann mal... Ne. Der ist gerade nicht... Ne. Der ist gerade nicht, äh... Dings, ne? Gewendet. Ich glaube, der hat den Task gemacht. Sonst hätte er mich auch getötet, ne? Ja, doch. Ähm... Okay. Office. Haben wir... Achso. Da aber diesen Monitor. Den linken Monitor. Den schwarz. Achso. Hier haben wir auch so eine Task. Hier müssen wir... Glaub ich... Die... Wärme einstellen. Die Hitze. Und ich hier... Alter! Lass mich doch einfach meine Task machen. Please. Please. Okay, was schreiben die so? Savas? Hä? Wie geht's euch? Oder was meinen die? Der meint... Äh... Äh... Wen wollten wir? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schwarz ist? Charlie... Charlie... Prater... Rot... Ich glaube, dass es schwarz ist. Komm, es ist mein Gefühl, ja? Okay. Okay. Shani D'Amelio. Ah, war ein Imposter. Ja. Okay. Ich habe mich gerade etwas sass gemacht. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil... Ich glaube, es ist Leim. Sogar. Weiß ich nicht. Ach nee. Jemand hat das Licht aus... äh... nicht das Licht ausgemacht. Die Tür zugemacht. So, mein... 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 Ich brauche es gar nicht mehr versuchen auszusprechen. Äh... Oh, ich habe jetzt alle Tasks fertig. Das ist gut. Hatten wir das schon mal in einer Folge, dass ich alle Tasks fertig gemacht habe? Weiß ich nicht. Okay. Wir müssen nur noch... Ähm... Ein Viertel der Tasks... Ne... Drei Viertel der Tasks haben wir schon fertig. Mehr als drei Viertel. Dieses Easter Egg. Das ist rechts. Das finde ich auch ganz cool. Das sind... Das sind solche... Schneebänder, die gerade rauffinden wollen. Der... Der... Wer... Der... Wer ihn getötet hat. Reset... S... S... Mike... Ach, Mann. Ich hasse... Was ist das? Hier gibt es ein Admin-Table? Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Als ob es da ein Admin-Table gibt. Okay. Dann lernt man was dazu in diesem Spiel. Aha. Hä? Es sind noch sechs Leute im Leben? Ich habe gedacht, jetzt sind es nur noch vier. Okay. 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 Was sagen die? C... Und... Drei L... Wenn ich... Oder ein I... Oder drei Is... Keine Ahnung. Ach so. S... Meinen die damit, dass es... Äh... Grün... Ey, das... Das habe ich sogar auch gedacht, ne? Das habe ich... Was? Schwarz hat mich gewo... Oh, Schwarz hat mich gewo... Oh mein Gott. Wir verstehen... Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich... Oh, ja. Es ist, glaube ich, schwarz. Es ist, glaube ich, schwarz. Es ist, glaube ich, schwarz. Wo ist Orang... Ach so. Ich glaube, es ist... Oh, schwarz, ey. Wo ist schwarz hingegangen? Warte mal, wo ist schwarz jetzt? Ich glaube... Warte mal, wer... Wer ist alles in Office? Schwarz? Wo ist schwarz? Ich glaube, sie ist in... Oder sehr... Er ist in Security? Oder... Irgendwo in Electrical? Ach... Ich verstehe... Ich kenne auch diese Vents-Zugänge nicht. Aber ich denke mal, dass er schwarz ist. Also... Schreib mal. I... Think... It's... Black... I... Don't... See... Him. Schreibe ich mal. Okay. Weiß schreibt sogar Olivia. Olivia. Ähm... 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 Als ob. Ach nee, jetzt muss schwarz. Ja! Es hat geklappt. Sie ist raus. Und wenn sie der Imposter ist, dann haben wir gewonnen. Und wenn nicht, dann sind wir Tor... Schei... Hä? Hä? Äh... 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 Ne, mein Handy ist nicht aus. Äh... 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 Lustig, dass der Code... Äh... Äh... Die letzten drei Buchstaben beim Code BFF sind. Best Friend Forever. Und ich für... Äh... Crewmate und ich... Wir sind auch die beste... Die besten Freunde für immer. Hm? Hm? Äh... Ich versuch mal wieder, alle meine Tasks zu erledigen. Außer wenn ich sterbe. Und ich hab verkackt. So... Ich seh nix. Wegen meinen Finger. Wegen meinen Wurstfinger. Hilfe! Als ob ich verkackt hab. So... Äh... Äh... Ach ne. Warte mal. Was? Achso. Ich hab grad gedacht, ich bin schwarz. Äh... Ich bin sch... Ich hab grad gedacht, ich bin schwarz. Äh... Ich hab grad gedacht, ich bin schwarz. Kurz zur Erklärung. Ich glaub, ich schneid das noch nicht mehr raus. Äh... Oder doch. Keine Ahnung. Ähm... Kurz zur Erklärung, was ich grade gemacht hab. Ich hab mein Fenster geschlossen, weil manchmal kommen... Um wann mal wieviel Uhr es ist? 14.53 Uhr. Manchmal kommen irgendwelche Leute vor... Also nicht zu uns, aber unser Haus vorbei. Weil das hier ist ein Neubaugebiet. Äh... Und hier kommen manchmal Leute lang, ähm... Die haben kleine Kinder. Und... Was schreiben die? Orange? Ich... Und man... Und manche... Ähm... Halt... Die... Kommen hier halt vorbei mit ihren kleinen Kindern. Die ganz toll sind. Ganz lieb. Und auch... Nur etwas laut sind. Die sind nur etwas laut, dass... Äh... Die ganze Nachbarschaft es hört. Und... Ähm... Ich will nicht, dass die Nachbarschaft mich hört. Ich... Will... Alleine meine Videos machen. Ich hab keine Freunde. Äh... Oh nein. Rot. Äh... Rot. Was machst du da? Äh... Ja. Mhm. Äh... Weiß kommt mit mir mit. Das finde ich nicht so nett. Obwohl... Er lässt mich alleine. What? Er lässt mich alleine. Das ist ja nett. Status bad. Task complete. Mhm. Oh. Ich... Hier. Bei diesem Ding. Jetzt hab ich das... Was ist das denn für ein Viech? Oh. Grün ist bei mir. Ich hab gerade... Vorhin noch gedacht... Hab's ja nicht gesagt. Ich hab's aber gedacht, dass grün vielleicht ein Postle ist. Hellgrün. Äh... Oder... Oder pink. Keine Ahnung. Warte mal. Ich bleib mal da. Vielleicht hat pink... Ja. Warte mal. Wenn grün jetzt tot ist... Es ist doch... Es muss pink sein. Es gab's auch in der letzten Folge... Genau... Die gleiche Situation. Aber dieses Mal... Obwohl... Okay... Warte mal. Es ist pink. Es... Es muss pink sein. Es muss... Pink sein. Es muss... Wenn es nicht pink ist, dann werde ich meinen YouTube-Kanal löschen. So. So. Ja. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich Sherlock Holmes? Wer bin ich? Hä? Ich bin krass. Das bin ich. Äh... Ich muss ja noch nicht mal rausschneiden. Ähm... Die Runde startet schon so. Okay. Zu neunt. Und ich bin... Okay. Dann wird diese Folge heute eine, äh... Sherlock Holmes Folge. Okay. Okay. Ja. Ich akzeptiere's. Ja. Heute wollen wir uns nicht aufregen. Heute wollen wir etwas Spaß haben. Okay. Nicht bei dieser Tast. Weil die Tast macht keinen Spaß. Weil man da immer nur verkackt. Aber... Die war jetzt gerade zum Glück einfach. Ich geh mal hier rein. Der Raum hat noch nicht mal... Doch. Natürlich hat der... Hä? Ich kann die Tast nicht machen. Was ist das denn für ne Tast? Die hab ich ja noch nie gehabt. Hä? 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 Ich hab sie doch. Hä? 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 Ich versiere zu Self Report. Aber das ist eigentlich sogar relativ unwahrscheinlich. Doch. Oder nicht. Oder doch oder nicht. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Bin ich müde. Hä? Kennt ihr das? Hä? 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 Ich weiß nicht. Wie man das ausspricht. Ähm... Skip. 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 Warum schreibt der es? Wer... Ich glaube das heißt... Wer... Ach nee. Keine Ahnung. Ähm... Eigentlich lerne ich ja Französisch. Aber durch die ganze Corona Zeit ist das alles etwas abhanden gekommen. Obwohl... Ja. Nicht abhanden. Ich kann... Ich verstehe schon noch alles. Aber... Ne? Etwas Übung fehlt. Sagen wir es mal so. Ähm... Ich kenn's mal... Ich kann zwar immer noch Baguette richtig aussprechen. Nun kann jetzt vielleicht... Vielleicht jemand die verdammten Lights fixen. Das wär so nett. Okay. Dann mach ich es halt. Tag. Oh scheiße. Ich hab mich verklickt. Okay. Wenn da jemand tot ist... Dann ist es... Zyjan. Wenn Zyjan tot ist... Dann ist es... Hä? Wo ist Zyjan hin? Oder... Auf noch deutscher gesagt... Hellblau. Hellblau. Oder... Die ganz dummen Leute sagen Türki... Obwohl... Okay. Dumm ist keiner. Aber... Ähm... Okay. Ich hab... Die Ver... Vermutung... Das ist orange... Weil... Weil... Rot schließe ich aus. Weil ich glaube nicht, dass er so schlau ist und ein Self-Report macht. Das ist zu auffällig. Und Lila hat jetzt auch Reportet. Von daher denke ich ist auch nicht, dass er es ist. Kann natürlich auch alles... Ähm... Nicht sein. Okay. Pink war ein Poster. Okay. Und ich denke, dass es orange ist. Das orange der war, der Zyjan getötet hat. Da... Zyjan... Wahrscheinlich in die andere Richtung... Was? Okay. First Strike. In die andere Richtung laufen. Also, falls Pink ihn nicht getötet hat. Dann muss es eigentlich orange sein, weil er in die andere Richtung laufen ist. Und somit... Ähm... Er... Der Einzige, der wenn er nicht da war... Orange... Okay. Orange... Fixt, aber... Okay. Jetzt ist wieder jeder Sass irgendwie. Oh mein Gott. Lila... Läuft... Mit... Mie... Wä... Hallo! Was habe ich gesagt? Ich hätte sofort schreiben sollen und erst Pink und dann Orange. Sooo... Victory! Und das war's dann auch mit der Folge... Ähm... Ähm... Ja... Ich würde sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ja? Weil ich brauche eine größere Abonnenten... Nein... Äh... Aber... Würde mich freuen und wenn ihr schon mal dabei sind, dann macht ihr auch einfach auch die Glocke an, weil... Sonst bringt das nichts, weil ihr unterstützt mich zwar, aber wenn ihr dann auch wisst, wann ich meine Videos hochlade, dann könnt ihr mich noch mehr unterstützen, indem ihr meine Videos light, genauso wie dieses hier. Okay... Das ist doch toll, oder nicht? Und... Äh... Im Gegenzug bekommt ihr Shit-Content wie das hier. Und... Äh... Das ist toll. Glaube ich. Hoffe ich. Ja? Äh... Okay... Wenn ihr... Wenn... Ach mein Gott... Was ist mein... Deutsch ist kaputt... Tschüssi... Kowski... Ésоб Vermittshot... Daher so... Det ist doch, der sagt, Heights!